Immer weiter dreht sie sich. Wo wird sie landen? Schnell! Sag es! Kopf oder Zahl? Mann oder Monster? Leben! Oder Tod? Wer weiß, was der Zufall bringt? Glaub mir, es gibt nichts, was die Münze nicht klären kann. Ich glaubte an Regeln, an Gesetz. Brautöne. Bis alles sich in Rauch auflöste. Jetzt glaub ich an die Münze. Vergesse Gut und Böse und stelle einfach fest, ob sich bald die Lage ändert. Vom Schlechten zum Schlemmen. Böse und 시�ichter. Bewusstse Gut und该t sind die Lebensmittel. Untertitelung des ZDF, 2020